Die Welt ist im Wandel. Computer und das Internet haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert. Es ist viel einfacher, miteinander in Kontakt zu bleiben und neue Bekanntschaften sind nur einen Klick entfernt. Es haben sich Chancen ergeben, die für uns heute selbstverständlich sind. Das Internet bietet neue Geschäftsmöglichkeiten und macht bestehende Prozesse für alle einfacher. Wie damals stehen wir auch heute wieder an der Spitze eines historischen Wandels, der uns alle nachhaltig beeinflussen wird. Begriffe wie Blockchain und Tokenisierung sind allgegenwärtig. Jeder ist sich bewusst, dass diese aufkommenden Technologien unsere globale Wirtschaft revolutionieren und unser tägliches Leben beeinflussen werden. Für die meisten hat sich die Tür zu diesem technologischen Universum jedoch noch nicht geöffnet. So, wir hatten in 2018 ein sehr intensiver Gespräch mit einem meiner besten Freundin. Wir waren über neue Ideen, neue Projekte und er hat eine Vision. Und es war, um eine Dezentralized Exchange zu entwickeln, in einer Art, die niemand vorher gemacht hat. Senik ist speziell, weil wir versuchen, die Blockchain accessible und einfach für alle. Wir sind nicht auf die Menschen, die bereits in der Welt sind, diese 3%. Wir sind auf 97% der Welt, die nicht in der Welt sind, die diese kleinen Herausforderungen haben. Wir sind jetzt in der Lage, wo die Menschen in der Vergangenheit gesagt haben, dass die Internet etwas sehr kompliziert ist für die junge Generation. Nein, wir sind jetzt in der gleichen Lage. Wir sind jetzt die Tür zu öffnen, um alle Leute zu sagen, okay, wir wollen ein Teil davon sein und wir haben jetzt das Tool, das Portal, um in diese Welt zu entdecken. Senik ist eines der ersten Fintech-Unternehmen der Welt, dessen Ziel es ist, den Zugang zu dieser Welt so einfach wie eine Hotelbuchung zu gestalten. Die Welt muss verbessert werden. Senik unterstützt dabei. Mit intelligenten Lösungen bietet Senik seinen Kunden ein noch nie dagewesenes Ökosystem. Höchste Sicherheitsstandards und ein einzigartiges digitales System für Transaktionen passen sich elegant in das aktuelle Finanzsystem ein. Die Blockchain-Technologie ermöglicht Tokenisierungsprojekte zur schnellen, transparenten und kosteneffizienten Finanzierung von Vermögenswerten wie Immobilien, Solar- oder Windenergieanlagen, Kunst und vielem mehr. Tokenisation ist digitaler Asset. Wir sind also able zu Tokenisierungsprojekte, Real Estate, Unternehmen, Art. Und ich denke, die Zukunft wird verändern. In der Weltkommission Forum, für zum Beispiel, sie sagt, dass bis 2027, dieses Markt wird 24 Trillionen US-Dollars. Und ich denke, dass das noch eine sehr lowe Estimation ist. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, die wir jetzt nicht in Bezugreifen haben. Denn wir wissen, was wird jetzt in den nächsten Jahren passieren. Und ich denke, das ist das erste Mal, wo, zum Beispiel, der Stockmarkt, wo es eine sehr spezielle Sache für die big Spieler im Markt war. Und jetzt, Tokenisation ist für alle. Und das ist ein großer Spielveränderung. So, die Collaboration mit OTS war für uns sehr, sehr wichtig. Denn sie verstehen die Welt der Blockchain. Und das ist eine große Herausforderung. Und wenn wir in der ersten Gespräch haben, wir immediately realized, dass es eine Verbindung ist, und wir müssen etwas zusammenarbeiten. Und so, ich bin sehr glücklich, dass wir in die Zukunft haben. Und ich bin sehr glücklich, was wir zusammenarbeiten, was wir zusammenarbeiten. Für uns, OCS, zu finden, zu partnern und zu kooperieren mit ZENEC was in principle on a short way done. ZENEC, mit diesem Leading technology, mit diesem Device, was sie created, ist eine der größten Assets für uns, OCS. Und da ist auch ein Statement, was ich kann, dass in der Zukunft, Blockchain, Fintech, technologie und eine einfache Weise für unsere Kunden ist das größte Asset, und es kann nicht mehr bewerfen werden. Wir wollen, dass wir die Key als Door-Opener für den Blockchain-Welt sein wollen. Und diese Door ist für uns ein Portal. Und das Portal ist unser ZENEC Hub. Und mit dem ZENEC Hub, wir haben die Möglichkeit für drei verschiedene Dinge. So, in der ersten Teil, wir haben die Sicherheit. Und wir haben drei Factor Authentifizierung. So, top security für all your digital assets. Second, es ist die Dezentralized Exchange. Nicht nur auf einer Blockchain. Du kannst alle verschiedene Coins, alle verschiedene Blockchains, Dezentralized. Und du bist der Holder und Owner der Private Key. So, du bist der Owner. So, all in one. Das ist Unique. Genau wie in der Vergangenheit, befinden wir uns heute inmitten eines historischen Wandels, welcher der Welt unvorstellbare Möglichkeiten bietet. ZENEC händigt Ihnen den Schlüssel zu diesem Universum aus. Sichern Sie sich Ihr Stück Zukunft. Michel Schö abstracted. Ein Baden уг изучiert D Untertitelung des ZDF, 2020